So, es läuft schon, es passt alles für Kat passt. Du hast dann einen Fleck, George. Wo habe ich einen Fleck? Wir können ja hinter mir machen. Na gut, ob du sprichst und ich nehme dafür einen Sebastian in den Bild, oder? So, mit dem fangen wir an mit dem Jüngeren. Ich weiß nicht, ob ich jünger bin. Wahrscheinlich. Ich werde jetzt 28. Fangen wir mit dem Besser-Aussehen, oder? Okay, schönen Abend. Sebastian, wie spielt man im 50k-Event? So, wie man auch andere Events spielt. Willst du es mir erklären, dass du im 50k-Event genauso befreit und locker spielst, wie im 1k-Event? Also, ich muss euch sagen, dass ich lockerer bin, als im letzten Homegame, wo wir ja mit 2, 4 Blinds gespielt haben. Ohne Witz. Ich habe hier nicht so viel Anspannung, wie ich eigentlich erst dachte. Aber wie schwierig ist es eigentlich, von einem Spiel zum anderen Spiel umzustellen? Eigentlich ist der Umstieg gar nicht so schwer. So als in Pokermain. Warum lachst du jetzt? Warum? Solange man die Plakette sieht. Man kann ja lesen. Wie ist das bei Raze und Stud? Ja, stimmt. Es ist schon einmal vorgekommen, dass ich in Raze und Hand 9 Ass Ass re-raisen musste. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich im falschen Spiel bin, als die 6 mich nochmal gefehlbettet hat. Dann habe ich realisiert, dass wir nicht Stats spielen, sondern Raze. Dann habe ich meinen 9 Ass Ass lieber gefunden. Wenn du George mit der Maniküre fertig ist, dann gehen wir zu ihm rüber. Dir auch solche Fehler passiert? Ah nein, jetzt sind es die gleiche Frage dir. 50k gleich wie ein Homegame? Ja, Homegame ist schon nochmal ein bisschen anders, aber wie jedes WSOP-Turnier. Wenn es ein Bracelet zu gewinnen gibt, dann gebe ich immer Vollgas. Wie viel Prozent habt ihr eigentlich hergegeben? Ich habe eine Menge verkauft und habe auch noch eine Menge verswappt. Ich glaube, selber habe ich jetzt nur noch so 20 Prozent an mir. Okay, das reicht auch für den ersten Platz. Und was soll der erste Platz? Wie wissen wir das schon? 1,7? 1,7. 1,700. Bei mir ungefähr dasselbe. Auch ca. 50 Prozent, ja. Habt ihr dahinter mit den Simon Münst noch gesehen? Ich muss aber mal rein, dass es heiß ist. Dir ist heiß. Warte, nehmen wir den Simon noch schnell dazu. Komm, Simon. Da kommen Sie mal. Simon, du hast ja ein aufregendes Leben. Du lebst jetzt in Las Vegas, oder? Ja. Warum? Seit sieben Wochen. Seit sieben Wochen? Seit sieben, aber seit einem Monat ungefähr. Okay, das ist dumm wie alle zeigen. Das ist jetzt nicht so eine Superstory. Das ist ja auch nicht so wichtig. Nee, aber du hast jetzt irgendwie so als fixer Residenz jetzt, oder? Ja, ich spiele halt viel Poker hier und wollte mich mal wieder ein bisschen dem Live-Poker widmen. Aber meistens Cash-Game. Also das ist jetzt mein erstes Turnier. Läuft ganz gut. Und ein kleines 50-Kart-Turnier? Ja. Das ist halt der Simon. Ich weiß auch nicht. Der Simon geht mit 50k um wie mit 5 Euro. Nicht ganz. Das ist Trinket für die Cocktail-Kellnerin. 50k, nimm da. Ich habe ja einiges versorgt an mir. Na, 3% war. Okay, wie läuft es bei dir jetzt? Tust du das noch schwer mit den Umständen bei den Varianten? Nee. Das ist ja dein geisterten Blick. Das ist ja dein geistertes Blick. Das ist ja auch täglich mit Mix-Varianten. Und dementsprechend bin ich das gewöhnt. Okay. Dann lass ich dich jetzt reingehen, bevor du vollkommen ausrinnst. Ich habe noch mehr Schwitze als beim Pokern. Ja. Hast du noch ein abschließendes Wort für mich? Ich begrüße ans Finanzamt. Du verlierst alles. Ja, ich. Nicht ich. Aber das ist schön. Hast du noch ein abschließendes Wort? Außer Grüße? Ja. Äh. Nö. Ja, routet uns halt. Dann schaut ab und zu nach, wie es läuft. Dann drückt uns die Daumen. Das ist wichtig. Ja, alles runterfinaltisch ist eine Enttäuschung. Wie viele Plätze sind die eigentlich bezahlt? Die 16 sind jetzt im Geld. Das wird auch eine richtig heftige Money Bubble. Ich glaube, der Money Bubble ist halt 109.000. Das ist halt wirklich sick. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen nittiger spielen. Wahrscheinlich. Und wenn du Hilfe brauchst, fragst du mich einfach. Ja, dann rufe ich dich an. Gut, danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich auch. Hör noch ein bisschen Pause. Ist er noch gut dabei, beide? Ja, wir haben alle ein bisschen über 200. Schnitt ist so 1,60. Zwei Tage spielen. Hör sie raus. Ja, ja, vielleicht. Zwei Tage spielen. Ja, anfangs Rekord 50, Average 160. Ist das ein fünfter eigentlich? Ja, wir haben ein bisschen sick geschafft. Das ist halt immer das Limit-Variant. Das ist erst richtig interessant. Wer ist das? Nee, wir machen das nicht mehr. Ich meine, das ist 400 Euro.